Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde A-Rammeln. Dabei sind der Nico und der Yanni. Wir müssen schnell machen, damit wir nicht wieder die Letzten sind. So. Ja, los bei dir. Ach, verflixt. Ne, ne, nö. Ich bin relativ zeitig losgelaufen. Ach, verdammt, ich hätte mir Zeit lassen können. Willkommen, hier. Erheulen nicht los. Ja, random sind da. Natürlich sind die Randoms dabei. Mama. Echt? Wollt ihr mich? Ja. Nein. Okay. Vielleicht. Die Dürme ist gar nicht, die sind voll kacklos. Aua. Ach, Jenna kann bestimmt ne Ultra Rapid Fire auch geil. Kannst halt nur Wirbel. Nein, du hast es da nie. Nein, warum ist du schmeißt heute keinen Pfeil? Hüüüü. Nicht, nicht. Da kann auch so ein Schild sein. Dünkt ja, ich habe ja auch noch so ein Schild. Hab dir irgendein Ries mit den Geschenk hat? Ja. Kannst du mal sehen. Läu. Nein, Überraschungspartier. Manche machen das ja so zum Nachtisch, ne? Nein, 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 nein. Das ist viel zu viel. Ja, danke. Der Varus geht übrigens abgeholt. Oh, ja. Bluh, 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 bluh. Weil ich kann Musik machen. Oh, oh. Kannst Musik machen? Kannst Musik machen? Kannst Musik machen? Ich bin voll der Gangster from the block. Oh, mein Gott. Gangster mit A am Ende. Jani hat euch ja gleich, du hast auch gut. Das wird sein. Der war schon vorher so. Bitte. Ich weiß nicht, meinst du, warum ich ihn heute mag? Ich bin dafür nie Rap-Szene. Ja, ich weiß nicht. Nein. Mit Rockmusik. Nee. Ich habe das Gefühl, die wollen mich kaputt sehen. Sicher? Hm. Joa. Ein wenig. Finde ich? Ne Also, ne Also, ne Ach Och komm Echt jetzt So quer durch Und dann Bitte Ja, auf jeden Fall Der ist das Level 6, ne Der Karte Dann mache ich Level 6 Und hier alle hoch Während der alle runterknüppelt Ne Klingt nach nem Plan Ich hab nicht gesagt dass es ein guter Plan ist Ich hab nur gesagt dass es ein Plan ist Äh, Nico? Du, die Du, die Du, die Oh, bitte ich, mein Plan ist, der ist Zeig Ich hab aber auch um du erst mal das schild von mir was drauf und schubsen direkt wieder weg ich habe ihn terminiert ich bin so klug K-A-L-U-K 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 äh ich meine K-A-L-U-K oh man das ist dein Spruch des Tages das ist dein Spruch des Tages der Partyschalter Niko's Spruch der Woche heute der Partyschalter hhh 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 Diese Video ist einfach too fat to fly. Ja. Huch. 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 Attacke. Was? Attacke? Nein. Was? Attacke? Nein. Ja. Lief doch gut. Was du noch hast. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich werde alle mal rumschweigen. Nein. Oh. Der Do. Oh. Schade. Ich habe das Gefühl der hatte ein wenig viel Life Leach. Nein. Er hatte Barrier. Oh. 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 Das ist eher schlecht. Auch was hier gerade mit dem Film passiert. Weil ich kann hier nicht mal schieben. in den Film. Du musst sie treffen. Ja. Pfff. Genial. Ja natürlich gebe ich sie wie erstmal schön mal an. Wäre dann voll langweilig ne? Ja. 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 Ich geh jetzt schießen, oder? Hauptsache wem, Varus, er ist nochmal... Oh, Mann. Der Sinch ist cool. Ey, weißt, er ist tot, hat die Donne getroffen, rennt jetzt mal zu Varus. Hier ist auch ein Stockchen. Nimm! Ich denke, ich kann nicht mehr... Ich kann die O.B. Was? Die ist nur O.B.? Er liegt bequem! Wie war die Werbung aus den 90ern da, wie sie das mit der Hand gemacht hat. Alles klar. So läuft der da, auf einmal wird er zurück. Warum laufen sie so weit auseinander? So läuft es. Die sind so weit. Ich bin echt nicht sicher, ich bin echt sicher. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin echt nicht sicher. Überlebe mein Leben. Alles klar. Kein Ding? Was ist bei dir? Oh, die Evelyn saß in den Busch. Nein. Ich wollte schon sagen, wenn dich Karthus jetzt tötet, hat er dich zweimal getötet. Okay, was kann ich mir noch? Schöne Sachen wollen. Viele tolle Sachen. Viele, viele bunte, smarty. Das hier und dann. Ich will das. Hier noch was. Ich mach so eins, einfach weil ich es kann. Viele, viele bunte, smarty. Könnte natürlich ein bisschen effektiver sein. Keine Frage. Aber... Ich habe den schon das Schild gegeben. Trotzdem kriegst du so der auf die Presse. Ja, aber Lory läuft da alles. Ja, Varus, äh, ist einfach okay. Was holt er sich denn? Äh, der hat sich die Klinge so, sondern die Lachwisper. Ach, direkt in Lachwisper? Ja. Auch wenn er noch keine Rüttung so gemacht hat, du dir trotzdem runter, ne? Oh, danke, Finch. Hätte ich aber auch so geschafft. Ja, Varus-Kühe im Suju-Kühe. Ja, shit, der Silian war da hinten ja noch. Ja, gut. Nein, no, zu spät. Ja, der Silian hat vermuscht ein Auto, aktuell so in den Varus. Auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, das bei ihm sagt er. Ihr geht weg. Ja, sag mal. Der Varus will. Also, soll er doch. Schön. Na, leider ein bisschen zu spät. Huch. Okay. Schade. Oh, von wegen schade. Läuft. Ja, egal. Geh weg, sincht. Der stimmt nicht, der setzt dein wirkliches Hotel auf sich selber, ne? Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Nein, da laufe ich nicht lang. Nein, das schaffst du, mach die kaputt. Auf jeden Fall. Sagst du, Auto attackuell? Kein Ding. Ja, ja. Die stirbt. Ne. Ich hab' das. 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 Ne. Ja, damit hab' ich jetzt nicht geregnet. Dass ihr da alle kommt. Dass die ein ganzes Team haben. Ja. 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 Amazing. Hey, komm und halt da jetzt doch ein. Auuuuhuuu. Der Kater schaut aber auch nix aus, ne? Ne, ich da auch nicht. Der schrieg im Kater, doch. Äh... Hammer! Also, ich wär dafür, dass wir den Garten... Wo bist du, ne? Dann die wir... Genau. Dann die Eve von mir aus... Genau, genau. Und dann erst den Tank. Was jetzt schön? Jetzt hast du sehr schön anschaublich dargelegt. Oh, nö! Der Varus drückt nicht dein, ne? Das ist echt böse. Ich geh rein. So hab ich jetzt Schaden ansehen gemacht, besser. Ein bisschen. Guck den Varus an. Gibt es jetzt immer noch Rüstung? Es gibt überhaupt keine Rüstung. So frei. Jetzt halt's ja nicht weg. Und wär dann in Berlin mit. Rüstung... Was kann man sich da schön bringen? Lass mal noch Rüstung nehmen. Jetzt hab ich... egal. Grathe. Ich bin. Fass mich nicht so klein. Das ist egal. Das ist egal. Ich bin. Das ist egal. das 19 kürz und 10 sein Ich kann mich nicht mehr sehen. ja eben darum hatte ich sie eigentlich auch silly angeschätzt und richtig da war noch die kuh dabei aber was dafür für schaden gedrückt hat wo ich glaube Ich glaube auch. Erstmal das Schild aufrechterhalten hier. So. 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 So, So. 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 1 1 1 1 anstrengend wer hätte gedacht dass der job eines supporters zu anstrengend sein kann ich habe meine ulti auszusehen abgefahren ich habe noch das idee jetzt nicht sterben nein da haben sie mich erwischt schade aber wir sind gut vorangekommen schon gar nicht mehr so schlecht aus was habe ich denn jetzt geholt egal weil ich es kann was mich ich habe keine ahnung so weit ist das spiel an der stelle schon immer vorbei wenn ich gespielt habe guck mal wie gut das geht es lag jetzt voll daran also nein schnell sagst du ende ja ich bin auch voll schloss auf dich ja die macht musik und war eine gute runde vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal was rein tschau tschau